so leute da sind wir beim nächsten challenger deck von 20 21 und zwar die mir rugs das fast beste deck davon was daran liegt dass dieses deck fast komplett ist das ist cool das ist wirklich cool dass da sehr viel drin ist ich weiß nicht warum rankel da drin ist und ich weiß nicht warum sie nicht einfach die logos version gemacht haben aber ja es ist eine andere version die version mit zaref die auch funktionieren kann die auch was gewonnen hat auch was gerissen hat aber die logos version war doch irgendwie konstanter und cooler hierbei ist es so dass dieses deck eher weniger von der rotation betroffen sein wird natürlich diese version ein bisschen mehr sneaky sneaky aber generell wird die mir rugs uns ein wenig erhalten bleiben auch nach der rotation dementsprechend wenn ihr da bock drauf habt dieses deck noch zu spielen könnt euch das gehört euch das wirklich das ist wirklich eine empfehlung wissen ganz cooles text macht auch spaß tatsächlich selbst mir als nicht so standard versieler spieler dann haben wir rankel warum auch immer rankel da vorne drauf ist und hier diesen ding hat es noch gar nicht erwähnt ich finde es großartig dass hier sehr viel pappe dabei ist und sehr wenig plastik weil dafür sind diese challenger decks und bisschen bekannt und ich hoffe das machen sie jetzt auch weiterhin haben sie auch schon bewiesen dass sie es weiterhin machen nachher ich habe vor vier wochen und vor zwei wochen die anderen beiden dinge aufgemacht ich bin so schlecht in diesen in diesen rips in diesen strips ich weiß nicht also wird sich auch schon hart über mich lustig gemacht was das angeht komm schon jetzt raus komm weg 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 wir gucken uns die mir rugs an wir haben black bloom rock drei mann hat zwei drei mit menace und er kriegt plus drei plus null solange die acht oder mehr karten in seinem friedhof hat dieses acht oder mehr karten in seinem friedhof wird öfter uns vorkommen bei rogues und es ist eine aggressive milch hell was ich einfach cool finde als deck die kommen man auch als land reinbringen dann mal akir rebirth ein schwarzes instant können wir uns die kreatur suchen wir verlieren zwei leben und bis man des zuges wenn die kreatur stirbt kommt sie wieder ins spiel und zwar getappt ist eine art von regeneration sehr sehr cool auch hier ein land dann haben wir rankel master of the pranks hier ist halt ein symbol drauf wie gesagt loros die version bleibt uns ein bisschen länger erhalten vier mann an 33 fliegen eine wenn der schaden am spieler zufügt kann man eine sache aussuchen beziehungsweise man kann eine bliebige anzahl an effekten aussuchen die passieren jeder spieler werft eine karte ab jeder spieler verliert leben und zieht eine karte und hier spielt eine kreatur die nehmen wir einfach raus und spielen dafür lieber dies hier thieves guide enforcer ein manner 1 1 flash wenn der spielfeld kommt muss jeder gegner zwei karten bilden dasselbe macht ihr wenn ein anderer roge ins spiel kommt während ihr im feld liegt und wenn er geht nach acht oder mehr karten seinem friedhof hat kriegt die plus zwei plus eins und death touch ein manner 3 2 beta miller death toucher hammer gute karte wenn triss gargoyle zwei manner 5 4 kann nicht angreifen dass seine werger hat sieben oder mehr karten seinem friedhof das sollte er haben und kann nicht blocken es sei denn wir haben vier oder mehr karten unserer hand dadurch dass wir ein sehr flash lastiges kontrolllastiges deck spielen haben wir oftmals die vier handkarten in der hand aber ansonsten ist irrelevant ob der blocken kann oder nicht wir wollen mit ihm halt hauptsächlich angreifen als zwei manner 5 4 fliege als ist schon ziemlich gut und wir können einfach tappen um jedem spieler die oberste karte von seinem deck in seinen friedhof legen lassen das ist schon ziemlich guten playset naja nicht ganz night walker scavenger den habe ich nicht erwartet drei mana 1 plus x und drei fliegend death touch lifelink und er kriegt plus 1 plus 0 und für jede karte für jeden für jeden kartentypen im friedhof von unserem gegnern also charakteristisch wie länder artefakte kreaturen planeswalker und so weiter und so fort es wurde ganz gerne als der fliegende tamo golf bezeichnet wo sogar wow what what nice dann haben wir zaref sun the trickster 5 mana 4 4 flash für vier mana können wir eine ungeblockten angreifenden rogue zurück auf die hand nehmen und den angreifen getappten spiel bringen das nennt sich nirzu die fähigkeit gibt es hätte man hier drauf schreiben können aber er ist ja ein rock und kein linie auf jeden fall wenn ihr den mieter kampfschaden zufügt kannst du einen permanenten karten aus seinem friedhof unter deine kontrolle ins spiel bringen sehr sehr mächtige karte viermal drin heißt dreimal drin okay tempel of the city das ist ein tempel drin kommen getappten spiel 1 wenn sie ins spiel kommen tappen für ein blaues oder schwarz ist das ist cool das ist wirklich cool das ist halt eine menge sky eine menge tempel ist eine menge value an meiner basis weil okay kommt noch mehr das finde ich jetzt nicht so cool da hätten sie auch andere coole sachen machen können kommt getappt das spiel kriegt leben tappen für blau schwarz den habe ich gesucht mehr folgt wind robber ein meiner 1 1 fliegend und wenn der spieler schaden zu fliegt muss seine karte melden und man kann den opfern eine karte zu ziehen kann man nur machen wir geht nach acht oder mehr karten im friedhof hat fliegen das ist halt sehr sehr cool genau so ring 2 mana 1 3 flash fliegend wenn ihr geht nach dem herkarten sein friedhof hat kriegen rogues die ihr kommt bis 1 bis 0 also alle rogues nicht nur er das ist sehr mächtig und immer wenn ein oder mehr rogues angreift muss jeder gegner zwei karten melden das ist schon so ein guter rock schauen okay zwei mana counter target spell also man konnte zauber wenn der mana kosten kleiner gleich der anzahl an karten im gegnerischen friedhof hat oder man zerstört eine kreatur wenn die kreatur kleiner oder gleich meiner kosten einer values tut mir leid meiner wert ja meiner wert der karten in den friedhöfen hat dann haben wir ein place wow damit habe ich mich prügelt und noch mal play what what was sind ja alles drin ein schwarzes mana sorcery blatschief das wird zerstören kreatur der planesburger mann kostet zwei oder weniger für drei mann können das ding kickern wenn der kickart ist können wir für vier meiner einfachen kreatur der planesburger zerstören hammer hammer ja eliminate drei mana wird zerstören kreatur der planesburger mann kostet drei oder weniger auch das hammer und hat das echt wow alles an rube zwei mann hat es wollen wir zerstören entweder eine kreatur mit keinen counter oder wäre rufen drei counter von einer kreatur hammer also dass das rogstack ist echt echt gut es fehlen die ruhen krepp glaube ich und eben der loros und dafür kann man was rausnehmen oder man spielt halt ohne loros aber die ruhen krepp fehlen auf jeden fall das finde ich aber nicht schlimm bei krabben kann man eh nicht genug haben so dann haben wir noch das sideboard gucken wir uns das sideboard wir haben nie geld zwei mana wir konnten ein nicht kreaturen zauber zwei davon into the story sieben mal ach du scheiße dieser zauber kostet drei mal weniger wenn der gegner sieben oder mehr karten im friedhof hat also kostet dann fünf mana und wir ziehen vier karten sind es nicht gegen control vielleicht pestilenz haze drei mana sorcery wir suchen uns aus entweder gegen alle kreaturen mindestens zwei was gegen rot und aggro ganz cool ist oder wir rufen zwei loyalty counter von jedem planeswalker auch nicht schlecht agnostic remorse also das ist tatsächlich ganz cool weil zu dem zeitpunkt halten auch die ganzen planeswalker also mit m21 planeswalker auch umgelaufen sind die einfach dann im passenden effekt einfach liegen gelassen werden das tötet das agnosing remorse zwei mana sorcery ein spieler war zeigt die handkarten offen vor ihr wählt eine nicht landkarte davon oder eine karte aus dem friedhof und exilt die karte und ihr verliert ein leben ein sehr sehr mächtiger diskart spell klingt du das sehr mächtiger sonstiger spell für ein schwarzes mana wie exil eine karte aus dem friedhof wenn es eine kreaturenkarte ist kriegen wir drei leben wenn es keine kreaturenkarte war dann ziehen wir eine karte und wir können den escapen für fünf karten aus dem friedhof und vier mana das war eine sehr gute antwort gegen sowas wie uro und ist immer noch eine sehr gute antwort gegen sowas wie kroxa da kommt noch ein blatt schief fast nummer drei du rest ein schwarzes mana der jedner zeigt seine hand vor ihr wählt nicht kreaturen nicht landkarte davon und dann muss sie abwerfen davon haben wir hoffentlich zwei oder drei drin drei und fairy rogues und was haben wir auch die 1 von 9 ich sag es immer wieder hier wäre cool gewesen wenn wir nicht die 1 von 9 hätten sondern irgendwie 1 von 9 2 von 9 3 von 9 4 von 9 5 9 6 von 9 oder halt wirklich dann dann hier die 3 von 9 weil das das dritte deck ist überall die 1 von 9 reinzupacken finde ich lazy wizards ja dann haben wir noch goblin rog tokens ich habe schon ich habe doch alle karten vorgelesen was was gibt uns denn goblin rog tokens sekunde das muss jetzt nachgucken nix gibt es das ich weiß nicht warum da goblin rog token drauf sind wahrscheinlich einfach weil sie rog sind und es lustigerweise sind das auch die 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 token aus dem commander deck vielleicht kommt daher recycelte token aus den commander decks strange gut wir sind es am nächsten mal bis dahin neue blackset tschau tschau